Hallo Lieben, ich dachte mir, heute ist so ein wundervoller Tag, dass ich euch einfach mal mitnehme. Ich freue mich jedenfalls sehr, wie man es für euch merkt. Okay, ich bin heute schon sehr überdreht, aber ich freue mich einfach sehr, sehr doll. Und ich dachte, ich nehme euch mit. Es ist gerade ungefähr 10 Uhr, ich bin heute schon so lange wach, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Wie früher. Als ich so mega klein war, dann konnte ich auch die ganze Nacht vor meinem Geburtstag nicht schlafen. Das hat sich eigentlich wieder gelegt, aber anscheinend bin ich immer noch ein kleines Kind, was vor seinem Geburtstag nicht schlafen kann. Ja, jedenfalls konnte ich letzte Nacht überhaupt nicht schlafen und ich bin mega früh aufgewacht und bin dementsprechend auch mega müde eigentlich. Aber das tut meiner Laune natürlich nichts zugute oder das war falsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe heute schon einige Dinge erledigt. Ich war mit dem Hund spazieren, ich habe schon gefrühstückt, ich habe schon etwas aufgeräumt und ich muss gleich auch noch ein paar Sachen erledigen, bevor dann später meine Fuenz kommt. Und ja, ihr seht, ich bin noch komplett ungeschminkt. Ich habe übrigens noch keine Kontaktlinsen drin, also falls ich die ganze Zeit so ein bisschen so gucke, dann liegt das daran, dass ich eigentlich gerade gar nichts sehe. Ja, jedenfalls hoffe ich, ihr habt Spaß bei dem Vlog und bis dann später. Bye! Ich bin gerade dabei, schon mal die Torten hier aufzutauen und zwar habe ich einmal eine Prinzessin-Torte. Yes! Ah! Da freue ich mich sehr drüber. Und einmal diese andere Torte, das ist so eine ganz normale Erdbeer-Frischgel-Torte. Und ich finde die so schön, sieht hammer, hammer schön aus und ich glaube, die schmeckt auch mega gut. Und das ist natürlich sowieso mein Bae. Und ich kann euch noch meine wunderschönen Rosen zeigen, die ich bekommen habe. Sind die nicht schön? Ich freue mich sehr, meine Bibis. Äh, ja. Jedenfalls mache ich jetzt erstmal das hier auf und dann muss ich gleich noch einen Garten mit meiner Mutter da aufbauen. Ein paar Sachen. Und ja. Ja. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Ach, ist denn das echt 18? Aber was meinst du denn? Oh, süß. Wir sind jetzt im Garten fertig und ich werde jetzt nach oben gehen in mein Ankleidezimmer, weil ich aufräumen muss. Ich habe nämlich seit dem letzten Mal, wo alle meine Mädels bei mir geschlafen haben, habe ich versucht, das alles wieder aufzuräumen. Also ich habe meine ganzen Sachen hier wieder aufgehängt. Bin aber noch nicht ganz fertig und muss das Ganze jetzt wieder abräumen, weil wir heute Abend alle hier oben schlafen werden. Deswegen sieht es hier gerade so aus. Und das muss ich jetzt alles wieder aufräumen. Wow, das ist echt ein super, super schöner Anblick. Ich muss jetzt alles aufräumen und dann hier gleich die ganzen Matratzen aufbauen. Und ja, darauf habe ich jetzt ja unglaublich Bock. So, ich habe mir jetzt eben Essen gemacht und zwar einfach Vollkornnudel mit etwas Hähnchen. Und das lasse ich mir schmecken. So, ich habe jetzt schon wieder aufhören. So, ich bin jetzt, wie man glaube ich unschmal erkennen kann, fertig mit meinem Make-up. Meine Haare wollte ich eigentlich so ganz leicht locken, also so ganz leichte Locken reinmachen. Aber gerade gefällt mir das Glatte eigentlich auch ganz gut und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, wie immer natürlich. Zum Glück ist gerade übrigens auch noch ein Paket angekommen und zwar ein Geschenk für mich. Das kenne ich schon, also das ist jetzt keine Überraschung mehr, aber ich bin sehr froh, dass es heute noch angekommen ist. Das freue ich mich schon sehr gleich aufzumachen. Und wie gesagt, wenn ihr ein What I Got For My 18th Birthday Video möchtet, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, dann mache ich das sehr gerne. Und ja, jetzt wollen wir gleich noch kurz ein paar Fotos machen. Meine Mami macht von mir Fotos und dann sind auch gleich schon alle da. Ja, ich freue mich sehr. Und das ist mein Outfit. Ich trage dieses wunderschöne Kleid, das ist von Only. Und meine Schuhe sind von Aces, aber die Marke ist Public Desire. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bin ich jetzt auf dem Sprung und muss jetzt auch schon los. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt mich ja super gerne wissen lassen, ob ihr meine Vlogs interessant fandet und ob ihr generell mehr Vlogs möchtet, weil ich persönlich da mega Spaß dran habe. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.